Als der Kindergarten Schortens vor 20 Jahren aus dem Schulgebäude der Grundschule an der Plaggestraße auszog und gleich dahinter seinen Neubau bezog, da war von Krippengruppen, von flexiblen Öffnungszeiten, von Integration und Inklusion noch keine große Rede. Da hat sich in der Zwischenzeit unheimlich viel gewandelt. Gott sei Dank, sagt Susanne Schwieder, die vor zwei Jahren die Leitung des Schortenser Kindergartens übernahm. Mit 92 Kindern, um die sich insgesamt 15 Erzieher kümmern, ist die Einrichtung an der Plaggestraße eine der größten im Stadtgebiet. Das 20-jährige Bestehen des Kindergartenneubaus, den Kindergartenschortens, gibt es schon vier Jahre länger, haben Kinder mit ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern und Erziehern mit einem quietschvergnügten Sommerfest mit vielen Spielständen, Liedern und Tänzen gefeiert.